Yo Leute, heute testen wir die Dragon Cracker 360 von Leslie Feuerwerk. Das ist hier so eine Knallmatte mit 360 Mini-Knallern. Die NEM beträgt hier 50,4 Gramm. Und ja, die soll ja sehr gut sein, habe ich gehört. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Viel Spaß beim Test. So, jetzt hier die Dragon Cracker 360. Ganz nette Matte, würde ich sagen. Nicht mal Gott kann's, denn wir haben Feuer im Blut. Wir sind für Westport, Könige der Gassen und Straßen. Wir laufen rum wie Soldaten, wir waffen mit, mit Granaten und auf Fightback. Der will uns stoppen an diesem Tag. Nicht mal Gott kann's, denn wir haben Feuer im Blut.